ich wollte eigentlich zuerst gar nicht teilnehmen weil ich eigentlich der meinung war deutsche können das nicht ich habe öfters gehört dass in der türkei so was möglich ist oder auch in bulgarien oder aserbaidschan aber ich dachte einfach ich habe nicht diese fähigkeit aber ich muss feststellen so wie er gesagt hat es kann jeder mit vorstellungskraft ja sogar ein kind sogar also wenn man weiß wie es geht und man versucht es funktioniert ich weiß nicht wie aber es funktioniert neler neler söyledi kendisinin bu eğitimi duyduğundan böyle bir şey yapamayacağım benim bir alman olarak böyle bir şeye kabul etme olmadığını düşünüyordum bunların başkalarının yapabileceğini ama benim yapamayacağımı düşünüyordum eee gördüm ki çok kısa bir zamanda neler mümkün ve eee hayranım yani hast du zerstörlüsü mümkün